Herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ich habe nochmal hier den letzten Spielstand überspringen müssen. Dieses dusselige Springrätsel hier in der Dunkelheit nochmal machen müssen. Allerdings muss ich sagen, am Anfang konnte man die Dinger ja noch sehen. Das hat sich komischerweise komplett geändert. Und hier ist... naja, jetzt kann man sie wieder sehen. Das ist schön. Ich musste das Ding eben tatsächlich blind machen. Das war jetzt weniger schön. Nichtsdestotrotz, wir haben es erstmal geschafft. Und wir würde ich sagen, jetzt gehen wir den Gang wieder lang. Was wir eben ja auch vorhatten. Und dann quatschen wir nochmal die Ratten an. Ich glaube... Nee, die Ratten nicht. Ihr beiden. Oh. Rede mit ihnen. Unwürdig, unwürdig. Ja, ja. Ihr wiederholt euch. Aber das ist mir recht. So, den Hebel, den brauchen wir. Was mit dem Hebel hier? Ne? Ne? Da muss nicht jeder rein. Oh. Soll ich mal raten, wo wir sind? Sehr schön. Na, mein Käfer hat mich bestimmt schon... infiziert. Kommt mal mit runter hier in die Ratten. Haben wir irgendwie keinen Bock auf uns. Und kann ich jetzt hier irgendwie hin? Das ist cool. Das ist cool. Okay, speichern. Hier kann nicht gezaubert werden. Dann so sei es. Der Kampf beginnt. Keine Zauber. Keine Zauber. Das muss reichen. Ah, guck. Ah, guck. Ich hätte gerne mal den Feuerbappen. Dassel. Oh, ja, guck. Zu der Freie. So. Sur. Und schön. Käfer. Käfer. Och, jetzt schubst er mich um. Käfer. Käfer. Cool. Wer ist denn hier mal Fernkämpfer? Du, ne? Sehr schön. Du auch. Okay. Okay. Immun gegen Blindheit. Zu dunkel. Käfer. Ich bin hier. Let's play. Sometimes the only way out is through. Ah, so aus der Dichte. Die muffen sich, das find ich cool. Komm, wir dann schubsen den hier. Kabumm. Sehr schön. Spurten. 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 Nichts choice but to keep going. Wie weit kann ich noch gehen? Nicht durch die Säure laufen. Nö, der Käfer steht mittendrin. Mal gucken. Da irgendwas tolles drin ist, was sich zu trappen lohnt. Der Käfer steht mittendrin. Ach guck, hier sind die ... Hier werden wahrscheinlich die ... Es gibt nichts Edleres als zu vergessen und in der Dunkelheit hinzugeben. Das Quäntchen Kummer, das uns dorthin führt, belohnt uns die dunkle Herre mit ewiger Umarmung der Nacht. Sehr schön. Mal gucken, was der Knopf kann. Brennen die Bücher? Ja. 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 Es sieht nur alles so aus. Nicht alles, was scheint, ist so. Wie es scheint. Okay. Ich entschärfe das Ding mal. Genau. Komm mal her und leuchte. Ja. Ja. Folie an derselben Prüfung. Ich würde einfach sagen ... Das letzte Opfer der Mondtochter, das lesen wir uns doch mal durch. Es heißt, der heilige Speer wurde einst von der Nachtsängerin höchstpersönlich geführt und verwartete nur darauf auserwählte Streiter. Die Ältesten haben ihn an einem geheimen Ort versteckt, um ihn sicher aufzubewahren. Bis der außerkorende Champion ihn entdeckt und ein letztes Opfer vollbringt. Dann wird Selunes abscheulicher Mond bittere Tränen vergießen und ihre fehlgeleiteten Anhänger im Stich lassen. Aber lasst nicht zu, dass die Ehrgeizigen in der Nacht der Versuchung geraten, der Speer unerlaubt in Besitz zu nehmen. Denn für sie ist er nur ein lebloser Gegenstand, ohne jede Heiligkeit. Gewährt allen Kindern der Herren Schar die Ehre, dieses heilige Werkzeug zu bewachen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden sie wissen, dass sie Herren Schars außer Corona Krieger geholfen haben und damit die Rückkehr in die endlose Ekstase des Vergessens. Ich weiß nicht, ob die Tuse so toll ist, aber das muss Schattenherz wissen. Die Bibliothek. Das Rätsel der Nacht. Kommt erstmal alle rein hier. Eine Gasgrube. Ich hab da ne Idee, ne? Ihr kennt das ja schon. Ich hab doch hier diese tolle Vase hingeworfen. Ja, das finde ich... Alter, was liegst du denn hier rum? Falls die Gerüchte wahr sind, befindet sich die Antwort auf den Seiten dieser Bücher. Es kann gar nicht anders sein. Ein geheimer Weg, um die obersten aller dunklen Justitiare zu werden. Wie könnte ich dem widerstehen? Es spielt keine Rolle, dass mir nicht befohlen wurde, diesen Weg zu gehen. Herren Schar wird sicher meine hinterlässe Beharrlichkeit bewundern. Ich werde alle Seiten durchforsten. Jedes Wort verschlingen. Ich muss dieses Relikt finden. Ich muss einen Platz an ihrer Rechte gewinnen. Hier, mein Freund. Das gehört dir. Hm. Ach komm, wir entschärfen das Ding. Aber gerade so. Ich gehe davon aus, dass hier auch noch eine ist. Nein. Ich brauche nur Fragen. Ich würde gerne weiterziehen, ohne dich zu bequatschen. Oh, das wird eng. Das ist nicht schön. Noch einmal würfeln. Lesen. Die Herren Schar weiß, was ihr tief in eurer Seele vergabt. Sie weiß auch, was euch schmerzt und was an eurem tiefsten Sein nagt. Offenbar... Oh Gott, ihr... Offenbart ihr euer Versagen. Erlaubt ihr, mit tröstender Hand über eure Wunden zu streichen. Lasst sie euch durch und durch erkennen, auf das sie euch von euren Fesseln befreien kann. Ich bin ein Radieschen, sagt sie. Okay. Fug. Was hätte ich denn da im Angebot? Weiter saß Notizen. Guck mal hier. Schade. guck mal hier. ений bei uns stein. Wie ist das im eigenen Riek? Wie ist das? Ich schade. Ich schade. Ich schade. Hey, ich schade. Hier weiß ich tatsächlich nicht, was ich einsetzen soll. Okay, die Tür habe ich gefunden. Was mag da eingesetzt werden müssen? Das Buch ist weg, aber ein Teil ist schon mal. Was haben wir denn noch so für Bücher? Okay, es sind also die Anleitungsbücher. Seelenkäfig-Forschung, Tagebuch will er nicht haben. Astarion, hast du nicht noch ein Buch? Der weiß auch nicht. Gut. Speichern. Das mit der stillen Bibliothek würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Das scheint der tolle Speer zu sein, von dem wir gelesen haben. Ist das das Relikt? Gut. Gut. Hmm, let's see. Dunkler Justiziarhelm. Dann, äh, zeig mal. Okay. Ich denke, den hast du dir verdient. Ist ja deine Göttin. Das ist in Ordnung. Wir gehen erstmal wieder raus, würde ich vorschlagen. Dann kriegt man die Tür hier wieder zu. Okay. Ich könnte ja jetzt was sagen. Proben der Schar. Ich kann mich da hinporten, ganz ohne den Aufwand. Sollte reichen. Nicht durch die Säure. Aber auch der Käfer nicht. Sollte reichen. Sollte reichen. Sollte reichen. Und wen haben wir vergessen? Sollte reichen. Böse Razzis. Zau, speisern. So, Schattenherz hat den Speer. Wir suchen immer noch den... Wow. Zeig mal ja den Bogen. Der macht zwar tatsächlich mehr Grundschaden. Kriegst du hin, ne? Ein schöner Bogen muss schon sein. Ja, ich geh vor. Oh, Alter, Alter. Schön sieht er aus. Oh, der ist der Abrechnung. Hier würde Ungerne schon eine Abrechnung machen. Täuschungsbestie. Täuschungsbestie. Oh. Das Vieh, äh... Okay, speisern. Ich hab schon viel D&D gespielt, aber ich muss sagen, ich kenn auch nicht alle Viecher. Bleib stehen. So, was es mit? I'm ready. Whatever it takes. Das Täuschungszie? Die hat sich wohl getäuscht. Also in mir. Kommen wir hier rüber? Ich würd's versuchen. Vergiss es. Wo ist denn die komische Mietsekötze? Alright. Time to see what new Horrors waitin' for us. Oh, well, this is... A lot. What a lot of blood. Oh, okay. Tötet das Vieh, sagte er. Dann kommt mal rein hier. Sieht aus wie ein Panter mit langen Tentakeln. Hallo. Kann ich mit dir reden? Eine blaue Mieze Katze. But you're too fresh for this place, aren't you? There's a whiff of the surface to you. A new arrival, then. You burrow too deep, little rabbit. You're a mouthy, little rabbit. This will be... There's something else, almost hidden by your fear stink. Cherries. Musk. Sulfur. And sulfur. Yeah. Raphael. I can smell him all over you. Where is he? That perfume trickster swindled me. Trapped me. Everyone taught. Where is he? Spit it out. Now! What are you doing? The devil told us to kill this thing. So let's stop chatting with my teeth. So let's stop chatting with my teeth. Also genug geplaudert. Hmm. Hmm. Bargaining, are you? A Carator warlord once tried the same. I made him watch as I ate his concubines in young, then fashioned a codpiece from his skull. You can't help. It's not just wolves that came here. Not the traps, the dark, or the creatures it hides. Something stronger holds me. A contract. Either I fulfill the contract, die trying, or forfeit my freedom. If I leave this place now, I'll become Raphaels slave. Ach, das ist jetzt so eine Diskussionssache. Wo guckt sie denn hin hier? Hallo, hier bin ich. Ach so, sie hat die Katze im Auge. Zeigt mir den Vertrag. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Angst? Ich loude die Katze im Himmel. Ich��. Ich sch shallow nicht. equiv falling in des Weiters. Ich schrebe- ich schrebe- ' lese, wenn ich verstehe, ist Esto so... Freie, this song is your oath. Swear, swear it to meeeeee! Well, that explains where all the Dark Justitius went. That's it. So he's the one who slaughtered the Justitius. Can we kill him now? Because if he doesn't die, then Raphael won't tell me a damn thing about my scars. Let out. Asking why doesn't get me paid. Hunting and killing does. Raphael mentions something about an Asima. It meant nothing to me. I did my part. I filled these halls with ghosts. But Raphael's playing some other game. One that involves stiffing me. Anyway, enough prattle. The lyrics are clear. All those who listen to the song must die. Time to die. Well, thank you. I spent a century roaming these halls. I spilled every drop of dark just this here blood that there was to spill. Do you think he could do better? Go on then. I'll enjoy watching you fail. But try to run. And you will regret it. I may be trapped here. But I'm not without friends. If you break your word, they'll hunt you down and make your final moments a symphony of agony. Hmm. Hmm? Hallo? Wartet mal. Habt ihr... Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Das finde ich cool. So, nee, das Messer, das... Wir brauchen ja den kleinen Gnomen, was hier, den Kram kannst du haben. Ach, verkauf den Scheiß. Hemografier, den brauche ich nicht. Hier, Weihrauch. Entfärber. Wenn ich jetzt mal rauskomme, dann aber... Jetzt will ich Balaus. Jetzt müssen wir einen Geist aufbauen. Hier bin ich gerade rauskennen. Dann können wir Stellen für dich hier aufbauen. So, wir kommen jetzt erst mal rein. Und wir gehen jetzt hier rauskennen. Und wir gehen jetzt richtig hoch, Sie sind gerechnet da. Und wir gehen jetzt darauf. Und ich denke, nichts. Und wir gehen jetzt rauskennen. Okay, wie geht das mal rein. Und wir gehen jetzt mal rein? Der kann Das tut mir leid Okay. Kann man hier genug haben. Kram weg und das soll mir gerecht sein. So, jetzt erstmal gut. Genau. Zieht dann mal schön weiter. Ja, super. Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin jetzt ein bisschen am Rätseln. Who's next? Was heißt denn nicht erreichbar? Ah, ich weiß, ich müsste da hüpfen und das kann ich jetzt nicht. Doch, hier ist ein großes Loch. Let's see. Hier ist die Täuschungskatze. Hier ist die Täuschungskatze. Wir machen hier mal Licht, ne? Hier ist die Täuschungskatze. Hier ist die Täuschungskatze. Hier ist die Täuschungskatze. Hier ist die Täuschungskatze. Käfer? Ich hänge hier noch ein bisschen rum. Okay, das geht aber. Okay, das geht aber. Okay, das geht. Das geht aber nicht anders. Okay, das geht. Eigentlich müsste der Käfer sich hier wunderbar herunterseilen können. Okay, das geht. Jetzt sag ich nicht, ich bin zu schwer oder so. Wir haben gerade verkauft. Okay, das geht. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier wieder weg? Zu hoch. Nach unten ist tiefer Abgrund. Ich kann hier hin porten. Ich kann hier hin porten, aber das will ich nicht. Kann man hier nicht. Kann man hier nicht irgendwie weiterkommen? Komme ich hier nicht rüber? Das ist schon mal gut. Zurück komme ich. Okay. Das ist zumindest keine Einbahnstraße gewesen. kann ich. Kann ich hier nicht. Kann ich hier der Göttin auf den Hintern springen? Nach unten kann ich. Nach unten kann ich, aber ich kann da nicht rüber. Zu weit entfernt. Ja, dann bleibt ja nur noch. Ja, aber ein Stündchen ist wieder um. Wir haben einen Auftrag eines zweiten Teufels und ich würde sagen, das suchen wir jetzt erstmal ab. Wie wir da hinkommen, muss aber nicht mehr heute sein. Ratte. Ratte. Ja, lass es da mal hinlaufen. Hier speichern. Und dann werden wir uns mit den Göttern beim nächsten Mal beschäftigen. Ja, ist sehr schön. Ich würde sagen, an dieser Stelle würde ich mich verabschieden und ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Schaltet wieder rein, wenn ihr Interesse habt. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Bis denn. Bis denn.